Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Xenoblack Chronicles 2. So, wir machen heute mal ein bisschen Hauptstory weiter. Wir sollen über die große Treppe beim Seewindpalast in Fonsa Mima, da sind wir ja gerade, zu den Ruinen von Oletro gehen. Dann schauen wir doch mal, ob wir dorthin finden. 430 Schmiede. So, hier geht's hoch. Ich hab die Charaktere noch ein bisschen gelevelt, ein bisschen Ausrüstung gegeben. Und, und, und. Einfach noch ein bisschen durchgeschaut, ob ich noch irgendwas verbessern kann. Da kann man ja so viel machen. Das ist ja extrem, sag ich mal. Naja, da müssen wir, glaube ich, überall noch ein bisschen besser reinkommen. So, ich mach mal das Wildmachgerät an. Servus Leute. Und jetzt schauen wir doch mal, ob wir hier den Weg finden. Ich schätze mal, wir müssen hier hoch. 350 Schmiede. Gibt's hier denn irgendwo einen Rüstungsschmied? Da hab ich noch gar keinen gesehen hier. Das ist Teade. Da sollen wir aber, gehen wir nicht rein. So, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Immer nach oben, zeigt er. Immer noch weiter, weiter nach oben noch. Wo geht's denn hier hoch? Ah, da ist noch eine Trebe. Und ich würde aber sagen, wir speichern erst mal. Ich hab schon ewig nicht mehr gespeichert. So, 24 Stunden. Knapp 26 Stunden Spielzeit schon. Heftig. Und haben eigentlich noch fast gar nichts geschafft. Also, die Nebenquests sind schon nicht ohne, bis man dort mal die richtigen Punkte findet. Und, äh, naja, was man alles sammeln muss und sowas. Und ich finde auch, die Gegner haben ewig lang dauert, dass man immer so einen Gegnerdown hat. Irgendwie bin ich noch zu schwach oder so, obwohl ich ja ein paar Level drüber bin. Aber, die sind echt noch ein bisschen heftig teilweise. Aber, wir haben jetzt zwei Highlander-Gruppe. Okay, ich wubbel mal die Kamera weg. Denk mal, hier kommt eine Zwischensequenz. Ja. So, lame. Wie lange werden Sie in dieser Form bleiben? Das ist keine von Ihren Begründen. Ich bin, wie ich bin. Wo ist Iona? Akos ist der meanest son-of-a-bitche, ich weiß. Son-of-a-bitch! Hm. Ich glaube, wir sollten sie einen Finger haben oder so. Aber du kennst dich besser. Du kennst dich, was wir nachdenken, nicht wahr? Jen. Ist er auch auf deinem Seite? Ich bin für seine Vorteile. Das ist alles, was ich sagen. Wirklich? 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 Okay, but Pyra's fighting alone. She's close though, really close. I'll get my guts, Rix. Well, well. I see I'm not the only son of a bitch. Still defiant, I see. Just give it up, girl. Think you can do it alone? Handle that power? I won't use that power. And I won't let you use it either. You seem to be doing nicely without your driver. It's like you don't know who you're dealing with. You can't beat me like that. But maybe I can. A kid? Rex! Everyone! Van Damme! Take a owner! Gotcha! We'll take care of these guys. Well, it's come to this. Needs must. Abrona! Do them in. I thought you'd never ask. Okay, then schauen wir doch mal, ob wir die knacken können. So. Okay, okay, okay. Haben sich geändert. Wir nehmen auf jeden Fall wieder... Ich würde sagen, das lassen wir aber jetzt so, weil wir ja dann... ...en Heiler mit in der Gruppe haben. Und einen Tank auf jeden Fall. Okay, wir lassen es einfach mal so. Ich glaube, wir wissen doch wie denn voll Heilung ist. Wir nehmen auf jeden Fall wieder... Wir müssen das- Wir nehmen auf jeden Fall! Wir nehmen auf jeden Fall пром Glue! Das war's für heute. Kann ich gleich wieder anders gehen, oder was? Oh, was ist denn hier los, ich wollte euch die Heilung mitnehmen. Oh, was ist denn hier los, ich wollte euch die Heilung mitnehmen. Oh, Alter, was ist denn hier los? Oh, was ist denn hier los? Warum müssen wir die Klingenpartner wechseln? Und zwar Charaktere Rex Klingenpartner und zwar möchte ich... Ich würde hier gern noch 70 Heilung haben wollen. Ich hoffe, zumindest... So, was hat sie denn da drinne? In Poppy können wir nichts reintun. Sie hat... Okay, das lassen wir jetzt mal so. Ich glaube, dass wir hier besser fahren, weil wir einfach mehr Heilung haben. So, okay, genau so wollte ich die Gruppe eigentlich haben. Müssen wir mal probieren, ob das so reicht. Okay, wir speichern nochmal. Und dann probieren wir es nochmal. Dann schauen wir mal, ob das jetzt reicht von der Heilung her. Und ich wollte den hier anreifen. Es ist never any fun, wenn wir in it together sind. Blindspark. Oh, no! Let's show them a thing or three. I just like it! Nora and Poppy are a beatable team! So good for Akon. Focusing on top. Are you saying that? My goals are separate. Oh! Gotcha! Don't come over here. Ha! Ha! I like it! Stop shattering. Nah! Hold that. Lape. High mine! brackets at Tai dringtam. Ja! Schuss, Schuss, Schuss! Das war's für heute. Ja! Wann kann ich denn den anderen Idioten da nicht angreifen? Ich hab mich voll auf die Eier! Das ist schon mal besser, was ich? Das war's für heute. Wir haben es geschafft oder was? Nee, so wie schon haben wir doch jetzt gar nicht gemacht oder? Boah! Heftig. Sie senden ihre Kraft in der Krystal, wo es sich bewegt. Aber... ...was, wenn wir zu Interrupten die Flur? Shit! Das sieht gut aus! Dumb! Die Kraft ist aus meiner Weapons. Es ist nicht gut. Ich kann nicht die Kraft, meine Frau. Masterpun! Die Kraft ist lustig. Die Kraft ist lustig. Ich bin hier, um alle Menschen aus der Welt zu erraten. Was? Hat Jim wirklich gesagt, dass das? Erraten alle Menschen? Mein, mein. Wahrscheinlich, du kennst das besser als jeder. Du kennst, was Menschen wirklich sind. Ja? Mia! Was machst du? Du hast gesehen, das Kapitel. Du hast gesehen, die船ien, Weaponsen, Soldaten. All poised zu invadieren Morardain. Das macht dich nicht so, dass du lachen kannst? Every corner of the world is defiled by such a vermin. Aber das ist nichts new. Sie haben nicht ein bisschen verändert in 500 Jahre. Kein Wunder, der Vater sie abholt hat. Ja! Nein, das nur was nicht verändert hat ist dir. Der Vater nicht wollte, dass wir die Innocenten nicht wegnehmen wollen. Warum hat er uns gemacht? Aber dann, wir werden es nicht verhebten. Das ist das, was wir für. Descend in der Welt und zu eliminieren diese Pest. Aargh! Was? Das Macht? Coming from his blight? Playtime's over. Let's end it. Akos! Agree! Puppy! How very noble. Next! Joma! Bastards! Over here! Nia! Tora! Damn! Stop, Rex! It's no good! Rex! Hitting girls isn't as much fun. Malos, you're the icon of chivalry. When you stop and look ahead and face up to the moon. You're not getting her! Huh? An attack from the outside? Van Damme! Oh, the lunk is back. But... That e-shooter won't help you. Even if you hit, it'll barely register. Bloody idiot! Think I don't know that! Are you ready, Rex? Another lesson for ya! Something else you could do with a blade! What? What? Bastard! He's channeling the energy from his weapon through his body! Yeah, nothing you could do to stop this ether for you! Nothing at all! It's my turn! I'm not here! I'm not here at all! I don't exist here at all! If you gotta search for me, I wish that I'll find myself soon. I need to find myself My love Move it Take Pyra And scram, kid I can't I can't just leave you here Rex Don't go dying on me here You gotta make it You gotta get away from here now Live 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 for her You gotta make it to Elysium I won't allow it Give it up Just go, Rex Remember To fight Your War Van Damme Oh, please What a cliche You're gonna pay for this For Van Damme No You have to go You're a pain in the ass Little shit I can't Do it Rex Rex, Rex Can't let you do this So long, kid So long, kid What? What? Pyra? Pyra? What is this? You, you can't be right You can't be right the act now It's too late It's too late Hey, idiot Look out I can't I can't I can't I can't Whoa, whoa, get lost Mithra 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 Pyra Pyra You're... I am not Pyra She's a different self She's a different self That I constructed A different self No time for that Oh, okay Now focus You need to focus Or I can't transfer my power No, it can't be My powers are useless? Where is that energy coming from? Wake up She's not drawing from the ether It's something else Not? Ether? Mithra Looking good Things are heating up Let's do it What is this? It's called foresight I don't A prediction of what will happen in the immediate future Read their movements to find an opening Then counter I get it How did he dodge that? Who cares how? Just get them Piece of cake There's no way There's no way to break their link I don't think we're gonna beat them This is it The true power of the Aegis Takes me back I've waited so long To see it again Mithra Welcome back Let's show them the end Das war's für heute. Der Protokoll aktiviert! Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin sehr entschuldig von Mithra. Sie hat nicht all das gesagt. Sie haben zu verstehen, sie kam aus, weil sie sie wollte, um dich zu retten. Sie hat ihre eigene Sele für dich. Sie hat sogar ihre Macht als Aegis benutzt. Die Flamen Macht, die ich benutze, sind nur ein Schmerz von ihrer Kraft. Droplets von excessen Energie trickling durch die Sele. Keine Angst. Sie war richtig. Das war alles meine Schuld. Ich bin einfach glücklich... Hm? ... dass du endlich aufbauen kannst. Also, danke dir. Für alle, ich meine. Für mich? Für mich? Deine Macht sind unglaublich. Ich fühle mich die Wahrheit hinter den Legenden. Entschuldigung. Ich... ... 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